Ist dann der Oliver Berndt und er hat eine ganz kleine Überraschung für euch dabei. Bei Facebook und Instagram schon angekündigt. Jetzt kommt sie, die neue Nummer vom Oliver Berndt, meine Damen und Herren. Danach, wenn er fertig ist, sage ich nochmal ganz kurz was und dann schauen wir weiter. Auf geht's! Guten Tag zusammen. Ja, ich bin auch hier, um diese Aktion zu unterstützen. Ich will auch gar nicht viel Worte machen, weil es ist eigentlich alles schon gesagt. Und ich habe einen großen Respekt vor Willi Herren. Ich habe ihn auch angeschrieben, ob er hier zum Kölner Heumarkt kommt. Habe keine Antwort gekriegt, habe gedacht, naja, aber er ist hier. Und das zeigt, dass er einen Arsch in der Hose hat und für die Veranstaltungsbranche einsteht. Und ich bin auch darüber sehr enttäuscht, dass hier wenig Künstler sind. Aber was will man machen? Wir ziehen das Ding durch. Wir werden noch mehr machen. Und jetzt kommt für euch, auch trotz der ganzen Corona-Krise, wir lieben das Leben! Denk nicht an morgen, mal ihre mit bunten Farben an. Mach dir keine Sorgen, weil du es krankst. Bei dir ist immer Sommer, auch wenn es wirkt mit jedem Tag. In dir ist so viel verborgen, woran du nicht mehr denken magst. Wir leben jetzt, wir leben hier. Uns geht es gut, wollen alles ausprobieren. Denn wir lieben das Leben, was kann es Schöneres geben. Und wir hängen nach oben! Wir leben jetzt, wir leben hier. Wollen in jedem Moment das Feuer spüren. Bring die Erde zum Leben. Erfüll dir deine Träume. Nichts und Niemand hält dich auf. Gehst du auch mal zu Boden. Stehst du immer wieder auf. Bei dir ist immer Sommer. Freue dich auf jeden Tag. Du darfst dein Lachen nie verlieren. Glaub an dich, denn du bist stark. Wir leben jetzt, wir leben hier. Uns geht es gut, wollen alles ausprobieren. Denn wir lieben das Leben. Was kann es Schöneres geben? Wir leben jetzt, wir leben hier. Wollen in jedem Moment das Feuer spüren. Bring die Erde zum Leben. Denn wir lieben das Leben. Wir leben jetzt, wir leben hier. Uns geht es gut, wollen alles ausprobieren. Denn wir lieben das Leben. Was kann es Schöneres geben? Wir leben jetzt, wir leben hier. Wollen in jedem Moment das Feuer spüren. Bring die Erde zum Leben. Denn wir lieben das Leben. Wir leben jetzt, wir leben hier. Danke schön. Bleibt gesund. Oliver Berndt, meine Damen und Herren, vielen, 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 vielen Dank. So, meine Damen und Herren, wir sind leider am Ende angekommen. Ich werde jetzt noch ein, zwei Sätze sagen. Und zwar, habt Anstand. Geht mit Abstand. Hiermit ist diese Schlager-Demo 2020, die erste Schlager-Demo überhaupt, offiziell für beendet erklärt. Wenn ihr geht, geht ihr bitte mit Abstand. Wie gesagt, das muss ich nochmal sagen, das ist eine Auflage der Stadt Köln. Das mache ich natürlich auch. Vielen, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank an die Technik, André Breuer. Vielen, vielen Dank an die Künstler, die da waren. Vielen, vielen Dank an die Redner, die da waren. Schön, dass es euch gibt. Seid nicht leise, seid laut. Hälfte der Branche. Ohne Musik wird das Leben ganz leise. In diesem Sinne, das Ende der Schlager-Demo 2020 hier in Köln-Heumagen ist offiziell beendet. Euer Michael Winter. Schönen Dank. Applaus